yo leute willkommen zurück bei wwe 2k 23 beim letzten mal haben wir die money in the bank ledermatch gewonnen und den koffer geholt ja aber wir streiten uns um den koffer mal schauen der hat den koffer ja gerade in der hand seht ihr ja gerade mal schauen was die zu sagen hat die will bestimmt den koffer bestimmt nicht uns abgeben aber das ist sowieso ein tag team titel match werden wir bekommen um den tecken tag team titles leute das meine ich so weiter geht's okay jetzt schon überlegt was die will again with this my thing we both won the money in the bank ladder match and we should both get a say in how to cash it in das stimmt what are we supposed to decide by committee hold a vote or something that sounds fair how's that gonna play out i vote for my way and you vote for yours besides holding the money in the bank briefcase isn't just about being skilled in the ring it's about being sneaky too leveraging the briefcase to cash in when your opponents are off their game i don't think you have that in you when i was down on main event you couldn't even take advantage of that opportunity ja leute einerseits hat sie recht aber einerseits auch nicht wir sind fair leute aber ich würde den auch nicht wer benutzen den ähm koffer ich bin euch ehrlich weil man hat nur eine chance ne i can be sneaky he he i can see it now you walk up to the champs politely tap them on the shoulders and you respectfully challenge them to a match you're too much of a good girl lj you need to be willing to play dirty i can play dirty when i want to that stimmt then prove it take someone out when they don't expect it then you and i can negotiate how we cash in the briefcase natürlich machen wir das nicht was die will wer ist das denn okay that's ridiculous i'm not playing your games fine but i'm not cashing in this contract with the partner i don't trust to get the job done we'll have this conversation again later jetzt sag mir nicht wir müssen das wirklich machen oh man ey doch leute wir müssen das machen was für ein scheiß okay jetzt habe ich gedrückt aber egal okay ich mache jemanden fertig kommen fine but only because i want to get this cash in on the road not because i need to prove myself to you das stimmt pack dir einen koffer komisch leute wirklich sehr komisch irgendwas wird sowieso jetzt rauskommen weil die hat bestimmt unsere tagteam partnerin attackiert oder sowas irgendwas hässliches habt ihr schon gemacht okay wir haben einfach backstage ist das ordentlich aber egal sie wollte halt nicht gegen lacey evans kämpfen und wir haben sie einfach jetzt gestört ich weiß auch nicht warum ich nicht hier kontern kann manchmal geht das wirklich nicht jetzt habe ich nicht schnell reagiert doch aber jetzt mein Name mit der reversal meis den heis caught im could be a turning point meis kann im could be a turning point meiskan meiskan Running Hurrican-Rata. Thing's taking a turn for her now. There it is, snap suplex. Slight play, following up with a basement drop kick. Standing Spanish Fly, are you kidding me? Incredible, so agile. What a display. What a way to flaunt your abilities. Turnbuckle's the only thing keeping her upright. She's dazed on the top turnbuckle. Up on the top right. Mal gucken ob der Move, gelingen wird. Ob er, ob die das Funt hat. Okay, das hat geklappt. Krass. Meinen Männern hat das ja immer, wie geklappt. Boah, jetzt hat die. Ja, jetzt ist sie benommen, ich mach mal schnell mein Signature durchzeigen meine neuen Signature, Leute Das reicht hoffentlich Das kann doch nicht wahr sein, wir hätten schon links gewonnen Wie geht das mit der Finisher? Hallo, ich wollte gerade Ich will diesen Scheiß Finisher zeigen Ja, dann mach ich das nicht Ich mach das doch nicht Komm, das dauert nicht viel zu lange Ich will jetzt gewinnen Ob das noch klappt, weiß ich jetzt nicht Ja Jetzt geht wegen mir das Match jetzt länger, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott, das ist ein Finisher Das war so klar. So geht der Finisher aus. Jetzt habe ich den Finisher raus, Leute. Geht so, ne, der Finisher. Was zur Hölle sollte das, Tom Raider? Glaub mir, das war nichts Persönliches. Ich musste nur beweisen, dass ich unerwartet handeln kann. Tut mir leid, dass du darunter leiden musstest. Und sie, das gefällt Eva Marino natürlich nicht. Wer ist jetzt hier drüben? Eva Marino. Oh man. Warum hat sie denn den Koffer, ey? Du bist das Schlimmste. Das ist so nervig, Leute. Wir müssen eigentlich gegen sie ein Match haben. Und dann darf derjenige dann entscheiden, wer den Koffer dann einlösen darf. Also wann, wo, entscheiden halt. So, natürlich Geschichte fortsetzen. Jetzt werden wir attackiert, oder? Ja. Ja, das war so klar. Wer denkst du und greifst du uns an? Äh. Aber. Ich konnte weder nicht drücken. Jetzt aber. Eigentlich wollte ich den Stuhl schnappen. Aber keine Ahnung, warum die was anderes nimmt. Und. 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 Natürlich kontert sie. Jetzt konter bitte nicht. Boah, das nervt man. Muss ich nicht unbedingt mit Stühlen kaputt haben? Ja toll, der Tisch ist nicht kaputt gegangen. Und das war's. Ey, bei den Frauen geht das so einfach, ne? Hat noch nicht mal so lange gedauert, ne? Ich dachte schon, kommt so ein 5 Minuten Brawl oder so. Hoppla, ich wollte halt nicht auf deine Nachricht antworten, aber ich war zu beschäftigt damit. Meine eigenen unerwarteten... Leute, ihr könnt das lesen. Das war richtig nervig jetzt. So. Alter, was für eine Tag-Team-Partnerin haben wir wirklich, ey. Schaut euch. Lest das doch mal an. Liest das einfach, Leute. So behindert. Oh, Mann, ey. Ganz ehrlich, einfach den Koffer nehmen und dann die zusammenschlagen und die Tag-Team-Titles selber holen. Oder den Koffer nehmen und ein anderes Gürtel. Wirklich. Was ist das für ein Scheiß? Ja, jetzt sind wir bei SmackDown. Wir werden jetzt ein... Kein D-Squad-Defektion-Match machen. Nur D-Q. Also noch ein Match wird das jetzt stattfinden dann. Eigentlich voll unnötig, Leute. Da kommt sie. Dann mache ich sie auch, mache ich die Schnelle. Oh, da steht das sogar, was wir machen müssen. Nicht, dass wir jetzt wegen unserer Tag-Team-Partnerin jetzt verlieren. Das sieht so aus, als würden wir verlieren, Leute. Hoffe nicht. So, ich soll einen Baseball-Schläger nehmen. Ich habe Dreieck gedrückt. Ist das nervig. Und die macht immer die gleichen Moves. Okay, ich mache auch manchmal die gleichen Moves, ne? Weil ich das schnell mir hinterbringen will. Deswegen. Kannst du mal drücken? Ich drück die ganze Zeit frei jetzt mal an. Durch Prust zu bleiben, oder was? Oh, Mann. Die ist wirklich nervig, Mann. Jo, jetzt drückt das wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Der Gameplay hat sich jetzt wirklich geändert. Das ist ja schwieriger, die Gameplay hat. Jo, dann heben. Was für ein Scheiß, ey. Wala, wir haben wirklich Scheiß angefangen, Leute. Richtig Scheiße. Ey, das nervt ihn langsam. Nehmen doch. Nein, ne Fressen, nimm einfach. Oh, Mann. Auftyptipps, dringes Mann. Oh, Mann. Ich Idiot. Wieso lese ich es jetzt nicht richtig? Komm. Kommst du mal raus, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ne Irish Drip. Wir kommen hier in die Treppe. So, hier gibt es keine Treppe, ne? Nein, da drüben. Ja, toll. Jetzt. Stoppe Schotzi außerhalb des Trinks mit einem Stopp-Schild. Okay. Wer hat daneben gesprungen, oder? Ja, ich konnte die meinen Signature, ey. Verraschung. Verraschung. Alter. Jetzt konnte ich nicht drücken. Außerhalb des Rings, Leute. Ich muss die wieder rausbringen. Äh, ich hab gekontert. Alter. Ich muss jetzt immer durchspammen, ne? Wir verlieren, glaub ich. Ja, warum drückt das nicht? Ich sag nix dazu, Leute. Ich sag gar nix. Das macht immer dasselbe. Ihr hört das bestimmt, wie ich dann draufspamme, und dann geht das halt nicht. Keine Ahnung, warum das immer das macht. Das Spiel hat bestimmt Probleme, oder? Bei 22 war das nicht so. Komm, erstmal holen wir das Hit-Stop-Schild. Jetzt den Wegverschläger. Also, ich rück den Ring-Treppen, mach jetzt schnell. Mit dem Stop-Schild. Dauert das lange, mit dem Stop-Schild, Mann. Zu schlagen. Jo, Daniel, du Schlank. Alter. Was ist das für ein Scheiß, du mal? Ja, genau, weich aus. Ja. Ey, ich muss dich schlagen, du, mich nicht. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, Leute, wieso das nicht geklappt hat. So. Einfach schlagen, komm. So, geschafft. Gleich für Shotzi im Ring mit einem Kendo-Schwert an. Ey, musst du jetzt alles benutzen hier? Runter. Runter. Alter. Sie macht wirklich den gleichen Mo-Film an, Leute. Ja. Ich hoffe, ich kann jetzt drücken. Ja, hat der. Hat die zum Glück. Oh nein, nicht wegfallen. Alter. Leute, ich kann nicht mehr drücken. Ich kann nicht mehr hier kontern. Was soll der Scheiß? Egal, ob es da machen, wie die Aufgabe machen. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Okay. Ich weiß nicht Leute, ob das eine gute Idee war, wie wir gewonnen haben. Ja, das Problem, habt ihr schon selbst gesehen, Recal González hat ja uns, Rodriguez, nicht González. Oh Mann, die hat uns angeriffen. Ich habe die Namen verwechselt. Auf jeden Fall hat die uns attackiert und dann hat Eva uns geholfen. Ich dachte, die kommt jetzt wirklich nicht oder so. Das war nicht erwartet. Du schaffst mich in der Runde? Das war sicher. Stimmt. Ich war über Raquel. Wir sind Tag-Team-Partner. Es ist nicht, dass ich dich nicht mag. Du hast mir vorhin gesagt, dass du mich nicht magst, Eva. Fair point. Aber ich wusste dich nicht. Du warst nur ein neuer Mädchen, die in meinen Platz kommen. Das stimmt. Das war's. Das war's. Ich konnte auch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Neugierig war's. Das war's. Das war's. Entitled niece of a legend you're just kind of mean generally huh see now we're really getting to know each other which is actually a good thing if we're going to work together on this cash in let's finally have that talk and figure out how we're gonna do it speaking of Ava where's the briefcase I thought you had it no I don't you don't know where it is verloren or what I do not well this is not great oh man hey you idiot have the cover not taken with me my god you upregende neue entwicklung carl und ich sind die stolzen neuen eigentümerinnen des take the money in the bank koffers damit meine ich er ist jetzt unser eigentum tom rider und eva moreno hätten vielleicht besser darauf aufpassen sollen der koffer gehört nicht euch wie gesagt wie sagt man so schön besser gesagt wer es findet dem gehört ja okay du findest hier kein fund oder so ein scheiß ne und den hast du auch nicht verdient kann man kann man so dumm sein manchmal verstehe ich die wirklich die so leute aber das war's mit dem part ich hoffe das hat hat euch spaß gemacht wir sehen uns dann beim nächsten part dann wieder leute wenn es wieder heißt ewe2k23 ciao leute und dann beim nächsten mal schauen wir was die die zusammen haben ja ja ciao